Es ist hunderttausend Jahre her. Da lebte auf der Insel hier ein Mädchen. Sie war stumm, sagte nie ein Wort, summte nur leise vor sich hin. Und das Gruseligste war, sie wurde einfach nicht älter. Egal wie viele Geburtstage sie hatte. Die Leute im Dorf fürchteten sich. Und eines Nachts, da brachten sie das Mädchen in den Wald und sperrten sie hier unten ein. Für immer. Aber sie ist nie gestorben.